Italien nimmt seine Arbeitnehmer in die Pflicht und verlangt künftig Corona-Impfungen oder negative Tests. Von Mitte Oktober an sind alle arbeitenden Bürger verpflichtet, dies mit dem sogenannten grünen Pass nachzuweisen. Wer den Nachweis nicht erbringen kann, dem drohen Geldstrafen bis zu 1000 Euro. Der grüne Pass zeigt in Italien an, ob der Inhaber gegen Covid-19 geimpft ist, ob er in den vergangenen 48 Stunden negativ getestet wurde oder ob er kürzlich von der Lungenkrankheit genesen ist. Derzeit muss der Pass bereits in den Innenräumen von Restaurants, in Kinos oder Sportstadien, in Intercity-Zügen, Bussen und auf Inlandsflügen vorgelegt werden. Italien ist nach Griechenland und Slowenien das dritte Land in Europa, das von seinen Arbeitnehmern einen verpflichtenden Gesundheitspass verlangt. Derzeit sind rund 75 Prozent der Italiener über zwölf Jahren gegen das Coronavirus vollständig geimpft. Die Regierung verspricht sich durch die Verpflichtung zum Pass einen weiteren Schub für die Impfkampagne.